Da kriecht ihn er Ist das da oben mein Hund? Da kriecht ihn er vor dir, Vorsicht! Da oben ist nur ein Hund, HOND, HOND, HOND! Happen Toll, bin gebrochen, verdammte Hacke Kannst du herstellen? Hinter dir, Opsi? Krankenschwester, hab sie umgelegt Oh ja, und jetzt einmal in die empfindliche Stelle Was hat sie dabei? Was ist das? Hier kommt ein Kriecher Vitamine! Das ist der Kriecher Ne, der hält zu viel aus, lass hochschießen Ist ein B noch gebrochen oder hast du die hergestellt? Ne, ist nur gebrochen Warte mal, das hieß Das hieß, wie hieß denn das? Das war also ne komische Schiene, ja, ja, ich hieß Aber ja, Splint Splint, genau Wir brauchen dafür ein Lederfragment und, ne, zwei, und zwei Holz Warte mal, hier ist Baumwolle? Hier ist Baumwolle, warte, aus Baumwolle kann man das machen Zack So, hier noch So, da haben wir Baumwolle Machen wir da zweimal die Closefragmente Jut, äh, zwei Holz So, und das Blickern, ich hab hergestellt Ähm, liegt hier, schau mal Okay, cool So So schnell baue ich ein 3000er-Ding ab Krass Oh ja Gibt's wenigstens noch ordentlich? Oh, nö, ist nicht so viel Aber es reicht, damit ich mir ein paar Bögen herstellen kann Ja, cool So, dann lass mal dichter gehen Oh, Vogelnest? Jawoll, ein Ei und acht Federn Oh, hier ist auch eins Wartet hast du Hallo Wo sind die Hunde? Ah, cool Schießpulver hier vorne Ähm, wär Ich glaube, besser, wenn wir alles zusammenleben würden, oder? Ja Ob sie, ob sie, ob sie Guck mal hier, vielleicht kriegst du hier bei dem Weißen hier eine Batterie raus, aus dem, Otto Hier ist auch ein Nagel Neue bei mir noch Hier hinten Ich bleib mal hier stehen, ja Ich roll mal hier schon aufs Oh, Hund, Hund, Hund Guck zu mir, ich komm zu euch ran Wo ist Matthias? Hinter die, hinter die Opsi Hinter die Opsi Wo ist die Töle? Der war hier hinten, bei mir Da kommt der, Alter, siehst du da hinten, da rennt er Meine Blickrichtung Genau, da rechts von der Opsi Rechts Vorsicht Da beim Zombie Da hinten Jawoll Alter Das ist der Hammer, oder? Zwei Schuss, ey, oder eben, wenn du getriffst Habt ihr denn mitbekommen, dass ihr mehr Schaden macht, wenn ihr in der Hocke seid? Ja, dann habe ich mitgekriegt, wenn ich, ähm, mit einem Pfeil- und Bogenschießer Äh, kannst du, wenn ich, die, die Dinger schieße Die Hirsche Aber dann hast du ja kein Fahnenkreuz Na, ist egal Nake halten die aus, ey Oh, ich hab ne Sonnenbrille gefunden Hinter, Opsi, hinter dir, hinter dir Ne, Speedpaper, hinter dir Da ist noch ein Hund, glaub ich Schau mal Ne, ne Ne, da ist noch ein Hund, glaub ich Geile Nurse Da hinten, was ist ein anderer Ach ne, das ist ein Kriecher Nichts Willst du in dem Auto testen, ob du da was rausküsst? Oh, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir Ah Oh Oh, hier haben viele Komm mal hier zur Seite nochmal Opsi, komm weg da Zur Straße wieder Da oben ist ein Hörisch, wenn wir den brauchen Da oben ist ein Hörisch, wenn wir den brauchen Ja, mit das Brot, Alter, was für ne dreckige Mutter bist du denn? Oh, ich hab wieder Gunpowder und Painkiller gekriegt Ich hab, ich hab, ich hab ne Schatzkarte und, äh, so ein Zeug für, ähm, Dingsherstellung, äh, Antibiotika Wollen wir hier durch die Wand gehen, vorm Krankenhaus? Ja, lass durch die Tür raus Durch die Tür, okay Oh, das heißt, ich sterb gleich Wieso? Was brauchst du? Blutest du, oder? Nee, ich hab bloß ne Asten Leben Ach so, weil ihr getroffen wurdest Ja, ich hab oberst 37, aber ich heil mich Weil ich voll mit Essen bin Weil ich voll mit Essen bin Nein, wir machen die ja auf Warte, ich mach hier auf das Fenster Wir können Zombie Guck mal, jeder nach hinten Na, ist gut Okay Wind ist safe Uh, wie machen wir das hier, ist ja riesig, das Ding Wir gehen nach und nach durch, die Polizei Staffel Jo Was ist denn? Hier gibt Deckung, was ist denn das hier? War ich gut, oder? Tasche Hier ist nix drinne Gar nischt? Ja, dann sammle nur leeren Raum Ach so, okay Herzliches Bild Blümchen sammle ich ein Oh, Sofa kann man doch einsammeln? Nee Toll, ich hab Bier gefunden Bier? Aha Ja Was ist denn? Guck mal, hier ist ein Funkgerät da Kannst du das irgendwie abbauen? Nee, was? Ob sie, oder? Was denn, wo? Hier, irgendwie in der Ecke, oder ist das nur Metall? Da siehst du das, vielleicht gibt's doch nur Draht Oh, Glas Das ist ja auch geil, guck mal hier Bin grad weggeschmissen Nee, das hier, wo ich vorstehe Die brauchen mit Glas nämlich mit Können wir einschmelzen Gibt richtig Fülle Cool Nee, die Bilder brauchen wir nicht Jawoll Kaugelhut Die Blutdienst Sieht da aus, der Charakter Ja Ja Hier, Mann Ja Ja Das muss ich dann lieber drinnen Weil da gehen Ja, draußen ist nichts Aber schön das Gebäude, wa? So von sich Naja, schön gestaltet Ja, auch schön gestaltet Auch schön stabil Da hätte man das als Hauptquartier nehmen sollen Da hätten wir uns nie gefunden Wo bist du denn, ne? Nee, unten Ja, ja, ja Gut Wo jetzt hier weiter? Da jetzt auf dem Hinterhof Da gehen wir noch nie raus Zombie? Ich hör was Wo? Ah, hier, oh, er kommt Vorsicht Tragebutte Sehr schön Da muss noch ein Chat streamen Oh, hier draußen sind auch noch Zombies Kriechen, dann wollen wir die kaputt machen noch In jeden Fall Hund, 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 Hund Ja, toll, hold up, hold up, hold up Ja, wo bist du denn? Zwei Hunde Zwei Hunde Die haben so eine schlechte Bewegung Scheiße, das hat mich umgebracht Scheiße, das hat mich umgebracht Alle Bäder sind bei mir Verdammt Oh, wie kommen da Hunde ins Haus Oh, wie kommen da Hunde ins Haus, ey Das ist ja der Wahnsinn Hm Ja, wat Oh, die bewegen sich so beschissen, ne? Ja, das ist ja das Schlimme Ich bin vor dir, du willst grad schießen In dem Moment legen sie sich zur Seite Das ist echt scheiße Ja, es wird so unnötig, dass wir gestorben sind Ja So, neuer Pfeil und Bogen Born on my bed Naja Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir jetzt noch nicht wirklich groß was in diesem Krankenhaus gefunden haben, wo es sich lohnen würde, da hinzugehen Na, außer unsere Sachen, die wir haben Naja Wir haben auch keine Waffen, irgendwie, wa? Ne, liegt alles da Ja Mach nix, ich kann da wieder hin, so Nackt wie ich bin Wie gott mich schuf Hihihi Ah Das Problem ist, die laufen auch einfach so durch die Spikes durch, das heißt, die helfen einem da auch nicht wirklich weiter Oh mein Gott, wir haben 80 Schuss für Sniper Ja Da muss man ja immer die scheiß Sniper herstellen, endlich mal Ich hab's schon, ich hab Sniper und Shotgun, beide mit Munition Ja, siehst du Wo seid ihr? Da auf dem Weg dahin wieder Na lass es zusammen laufen Ich komme Ich komme Ja, ins Dorf rein gehe ich noch nicht, das könntest du nicht knicken Ne, ne, ich komm, ähm, ich rufe jetzt die Straße lang Hier, gibt ihr die Shotgun Ich hab mitgenommen Sniper ohne Visier leider nur Aber, kannst du auch schießen Und Shotgun mit Shotgun mit 6 Schuss Ich hab's schon zeigen, ne Ahi Butter Bahle klickst du hier irgendwo rin, nicht Da sind wir tatsächlich irgendwie verloren Jetzt ist hier irgendwas, wo man looten kann Ah, hier Ich leckte hier rin, ja 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 ok kann es nehmen perfekt sechs schuss hast du das ist ja ausreichend für die töle ich habe 80 schuss aber ist halt ich weiß halt nicht wie viel das ausmacht wir müssen auf jeden fall rauslocken oder irgendwo sicher stehen hat diese hunde immer die kotzen mich so an die sind so unfair und spikes so ein riesiges gebäude ja das ist ja nix sinnvolles drin gefunden eigentlich außer wo ne will er ja eigentlich erinnert doch ich seh's links ne 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 rechts wir sind hier schon das sind wir waren schon wieder am eingang guck da sind die spikes die ich noch zur not gestellt habe ach so ich glaube wir waren wir waren in den raum drinnen wo die gitter sind sie schütte wo sind die hunde da liegt einer ne steht er da schau mal ich glaube der backt halt stopp nicht weiter gehen zurück wieder zu mir zum fenster ja also der nächste der ist tot mitten in den spikes ist das da da vorne siehst du den ein höre ich hecheln steht der da der atmet doch noch guck mal der bewegt sich doch siehst du den halt stopp da vor dir ja der lebt noch oh die ist kaputt die kann ja nicht schießen oh stimmt die ist bei mir auch kaputt aber da sind doch munitionen ist da drin habt ihr nachgeladen mit der ja dann schießt die tülle so ab also bitte hier ist nicht mein rucksack ne meiner ist da drin warte meiner liegt hier sag mal wenn du deine waffen wieder hast meins ist da in den raum drinnen wo die gitter davor ist mach mal die tülle kaputt soll ich ihn ablenken soll ich vorbeirennen ah ja wo ist der zweite tot liegt in den äh den anderen den spikes hier liegt noch ein rucksack das ist meiner ok meiner lag hier hinten oh hieso alles wieder anziehen jahre Natalie nicht aber zeigt die munition und dings mitgenommen so unnötig die die mountains mit den Schiff und draußen brauche ich nicht das habe ich auch weg Mein Wanns-Safe! Uiuiuiuiui Hä, wie gesagt, nur 38 Pfeile. Habe ich schon so viele verschossen? Ich hab auch nur noch 35 Habe ich schon mal 30, 40 Ok, wollen wir weiter? Oh, ich hab hier vorne ein Blut-Transfusions-Kit Oh, nice! Ist sehr gut! So warte ich, nehme ich, nehme ich fühle, hier noch auseinander Ja, macht das! Oh, alte Leute, das Ding hat drei Stockwerke. Oh, hier ist eine Registrierkasse, die hat 48 solche Chips gehabt. Ah, nice. Kann man die kaputt machen? Naja. Oh, da kann man ja auch noch gucken. Die Schreibtische, du kannst auch dich suchen. Oh, rote Käppchen. Ich denke mal, was hier. Ich dachte, das mit. Aha. Oh, eine Bandage. Ich hab da vergessen. Achso, war da noch was? Oh, jetzt habe ich die Skript. Ich auch sie. So, ich habe hier noch ein gelbes. Das brauche ich, nee. Oh, ein Loot-Sex. Brauche ich, oh nee. Vielleicht muss man den Umgang erst lernen mit den ganzen. Waffen. Nee, du musst hier schon vollständig haben. Das heißt, es fehlt noch was bei der Waffe. Achso. So, wo bist denn du jetzt? Ich bin im Haupteingang, immer noch. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hinwoll. Achso. So, hier, bei dir. Ja, auf jeden Fall zusammenbleiben. Oh, Köppe. Hoch. Wo ist er denn? Na, komm. Okay, wir können. Oh, ein rotes Bandana. Oh, ein roter Puffer. Will er noch einen roten Pullover haben? Ich hab's für den roten. Ich will den roten. Ich will den roten Bandana anziehen. Nice. Lass den drin. Also, falls er er will, ist ein roter Pullover. Wer guckt schon wieder in die Toiletten rein? Nee, ich sehe ihn ja irgendwo in unseren Schränken Fäkalien. Oh, nein. Entschuldige bitte, ich konnte es nicht mehr halten. Oh, ey. Wir müssten uns mal zusammen tun. Ja? Ja. Ach, scheiße. Zeig mal. Oh, hier Vitamine. Hier, die durfte Medikamentenschränke nicht. Und ein Blutpack. Oh, mein Inventage wieder voll. Ich hab jetzt ekeliges Wasser getrunken. Iiii, warum denn? Ich hab doch normales Wasser auch bei... Nee, aus der See. Achso. Aus der See Toilettenwasser getrunken. Ich trinke jetzt mal ein Bier, um mir den Scheiße zu ertragen. Das ist ein Marsbier. Was? Was ist jetzt los? Das war ekel. Du bist leicht betrunken und taumelst ein wenig beim Laufen. Habt ihr gehört? Bitte? Die Sachen mal zusammenpacken. Wie zusammenpacken? Ja, also ich hab hier ganz viele Gläser schon mal. So, nee, hab ich nicht. Oh, hier sind noch Bench drin, falls ihr welche habt. Guck mal, hier sind Leute einzelne Flatscreens. Ich hab auch schon ganz viele eingepackt davon. Die sind alle weg. Ich brauche gar nicht. So, ich bin nicht. Hier in dem Kasten hier sind Bench drin. Oh, stimmt. 260, so ja. Sollen wir die mit... Nee, ach, ich kann ja besser... Ich kann ja schon ein bisschen herstellen. Nimm mit, ich können mal scrappen. Oder scrappe zugleich. Ja, scrappe gleich Siren. Hast recht. Gut, hab ich. Damn. Also wenn ihr Gläser habt, ja, dann... Achso, dann sollt ihr eh noch die tragen, ja? Ja, genau. Also leere Gläser und so was und Dosen. Hier ist Schießpulver zum Beispiel in dem Papierkorb. Hab ich schon. Dann nehm ich mit. Da hab ich schon acht Stück. Ja, weil ich schieße mich rein. Meist mal in dem Papierkorb die Gläser und die Büchse rinnen. Okay, warte gleich. War da was, Büchsen? Ja. Ob keine Büchse nicht, scrapp ich immer gleich. Warte, warte, ich leg ohne welche drin. Nee, nicht die Büchsen scrappen. Da kriegen wir ein cooles Wasser. Ja, richtig cooles Wasser. Äh, das hab ich alles. Achso, die... Na, ähm, hä? Ihr meint doch diese Kann-Dinger, diese aufgerissenen Dosen, oder nicht? Nee, da gibt ja so ne... Ja, genau aufgerissene Dosen. Die kannst du voll Wasser machen. So. Und dann plus 20, ähm... Richtig. Doppelt so viel wie die Glas-Dinger. Ja, und 20, Willenis. Äh, warum nehmt ihr jetzt den Cheeseball nicht mit? Nein, nehmt den Mikritik mit, ich stehe ja noch hier. Ja, nehmt er auch mit. Ja. So, ähm, weiter mal, ähm... Sleep. Ähm, also ich hab äh, Gläser... Ja. Bottled Water, äh, hat immer ein Blutpack von euch? Ja. Ja, echt. Ja, warte, denn, ähm... Ich hab noch mal noch Tierhaut und Knochen und Holz. Animal Hight, ähm, hab ich 16 Stück. Kannst mir geben. Gut, und Knochen auch? Nee, Knochen, Knochen schmeiß weg. Naja, haben wir genug von. Hm, Blutpack hab ich bin geschmissen. Hat immer, äh, in der Painkillers. Ja. Nee, ich hab gar nichts zu davon. Ich hab nur Verband. Einverband. Ähm, Iron habe ich ein... Mal. Iron, rechts, zwölf Mal. Ja, 318. Pack ich rein. Öl? Hab ich nicht. Nee. Ob sie? Was, Öl? Ja. Ich hab ein Öl, Fass. Achso, äh, ja, hab ich es. 363. Entschuldigung, 1363. Okay, pack ich Öl rein. Ähm, okay. Ähm, Klose Parkman habe ich, äh, drei Stück. 13. Kannst du wegschmeißen, die kannst du ganz schnell mal machen. Äh, na gut, dann dropp ich die. Okay. Dann, ähm, Kleber? Nee. Hab ich nicht, Papier? Aber nicht. Einmal. Okay. Denn, ähm, juhu. Ähm, hat ihn eine Short Iron Pipe? Ähm. Ja, ne. Nee. So ein Lied habe ich, das sind so überkreuz. Ja, ja, ja. Lied, äh, packst du rin und die Short Iron Pipe packt da hoch rin. Okay. Und die Haut. Bin weg da. Gut, bin weg. So, Painkillers in einem Eckmeer raus. Blutatum, ich hab noch was für euch. Das pack ich rin, Eisen, nehmig raus. Und, was wolltet ihr noch haben? Äh, hier, Animal Haut, genau. Hm, okay. Achso, hat ihn noch Federn von euch? Dann packe ich Federn auch noch rein. Federn? Siehste, Heike, jetzt gar nicht gekriegt. Äh, Federn, Heike, acht. Da stelle ich mir selber immer direkt die Waffen weg. Leg die mal hinter, hier hinten im Schrank noch, im Badezimmerschrank. Warte, Freunde, ich packe euch beide doch gerne etwas noch rein, weil ich bin ja einer der besten Freunde. Gut. Federn, Heike, reingepackt. Heike gefunden. Ja, ja, Heike, rausgenommen. Acht Stück. Haben wir jetzt 39. Ducktape, Heike, noch. Ein Ei. So, ich hab das da drin jetzt fair aufgeteilt für euch beide, ja? Na, ich komm mir ja nicht ran da. Nee, da wäre sowas, bin ich immer schnell. Ja. Und wieder Platz im Inventar. So, okay, kannst. Oh, du musst meiner ausziehen. Jetzt schon 104 Fahrer, halt. Äh, was ist mit dem Tier heute? Hä, will ich den draußen haben? Nee, die soll da reinpacken. Nee, die soll da reinpacken. Habe ich da rausgepackt? Nee, dann habe ich die rausgenommen, warte. Ja. Trotzdem alles voll. Habe ich jemanden schmolst du uns für mich? Ja. Warte. Nee. Nee, halt doch nicht. Hm, komisch. Aber hier ein leeres Glas, hat noch in den Park. Naja, komm, lass weiter. Das ist schon die 2 Uhr. Ja, hier nimmst du noch ein leeres Glas raus, hier aus dem Bauchzimmer, und dann habe ich 2. Okay. Oh, Medikamenten. Nice, gut pack. Oh, da liegt noch ein leeres Glas drin, im Mülleimer. Hm. Ich höre doch was. Ja. Oh, hier ist total... Noch ein leeres Glas. Oh, hier ist Shotgun-Parts. Hört ihr den jetzt? Ja. Ich sehe nur nichts. Ich auch nicht. Vielleicht sind unten. Und wo kloppen sie jedenfalls. Ja, das war ich. Ja, unten am Haus. Okay. Hi, aber. Dann let's get up. Hier war ich noch nie drinne. Was haben wir denn da? Oh, Iron Pipe. Noch Iron Pipe. So. Murky Water. Bist du hoch, Young, die Truppe weiter? Ja. Und dann links oder rechts? Ja, rechts. Wird man denn schon immer durch? Immer rum, meine ich? Nee. Nee, kommst doch, glaube ich, irgendwie nicht richtig. Wo seid ihr jetzt so lang? So links oder rechts? Rechts bin ich. Da hier bin ich. Da bin ich schon im ersten Raum rum. Oh, ein Kopftopf. Cool. Oh, da sind Schränke. Wir müssen denn auch langsam? Ja, würde ich auch sagen. Zurück wieder, wa? Mhm. Können wir uns zurückgehen. Jo. Treffen wir uns unten in der Haupthalle. Ja. Jetzt so große Krankenhause, das schaffst du ja nicht mit Ihnen mal. Nee. Und wir sind nur auf der Innenseite gewesen. Ja, wir waren nochmal ganz durch. Guck mal, was ich für ein sympathischer Mitspieler bin. Ich habe euch alle Pfeile gegeben, die ich habe. Ja, die bin unten. Direkt das so. Die Pokale nicht wegzweißen. 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 Seid ihr beide unten jetzt? Ja, ja, wir stehen direkt vorm Krankenhaus unten. Oh, wie riesig das ist. Das geht mal. Wir haben vier, fünf Etagen hier. Und wir waren nur in der Innenseite drin. Da haben wir noch, oh, da können wir noch ein paar Mal Exkursionen machen hierher. 107 Grad halt schon. Und da können wir weg. Oh, hier ist noch ein Reifen. Hauen wir mal da ruf. Mit der Achse. Genau. Ey, mal Reifen jetzt nicht. Für unsere Minibike später. Können wir hier mit dem Moped rumfahren. Bin dann aber auch voll jetzt. Ja, ich auch. Komplett. Mir ist immer noch so warm. Verdammt. So, dann machen wir wieder nach Hause, wa? Ja. War schon 110 fahren halt. Level up. You're now level 14. 10 skill points to spend. Ich muss mir Winterklamotten drin packen. Oh, meine rennt ja nicht mehr. Oh, ich bin schon fällig nach 1, ja. 111. Ab wann stopp man eigentlich? Was? Du verlierst dein Leben. Achso. Oh, ich bin schon.